Was ist Säuglingsakne? Säuglingsakne, auch Akne Neonaturum genannt, betrifft etwa 20% der Neugeborenen und ist eine häufige Erkrankung. Babyakne tritt normalerweise bei der Geburt oder innerhalb der ersten Wochen nach der Geburt auf. Es wird angenommen, dass dieser Babyausschlag als Reaktion auf die Hormone einer Mutter auftritt, die das Baby vor der Geburt über die Plazenta oder nach der Geburt durch Stillen erreichen. Die Hormone verursachen, dass die Öldrüsen auf der Haut des Babys Unebenheiten erzeugen, die an Akne erinnern. Es wurde festgestellt, dass der Zustand von Akne bei Säuglingen häufiger bei Jungen als bei Mädchen auftritt und für das Baby weder schmerzhaft noch auffällig ist. Neugeborene Akne tritt in der Regel als kleiner Weißkopf auf, der von rötlicher, gereizter Haut umgeben sein kann. Das Erscheinungsbild der Beulen kann sich verstärken, wenn das Kind oder die Haut bewegt werden. Die Pickel des Säuglings halten in der Regel nicht länger als ein paar Wochen an, aber einige Babys haben die Aknebeulen noch einige Monate lang. Eine Behandlung von Akne bei Kindern ist normalerweise nicht erforderlich, obwohl es Optionen gibt, die Juckreiz und Irritation für das Baby lindern. Dieser Hautausschlag lässt sich normalerweise auf, wenn ein Kind einige Monate alt ist oder nicht regelmäßig stillt. Neugeborene Akne ist in der Regel am stärksten ausgeprägt, wenn das Kind pingelig oder heiß ist, da der Blutfluss zur Haut zunimmt. Hautirritationen verursachen auch vermehrt Pickel im Baby, insbesondere wenn das Baby durch Milch oder Spucke im Mundbereich nass wird oder wenn das Baby Kontakt mit Kleidung hat, die mit scharfen Reinigungsmitteln gewaschen wurde. Einige Eltern verwenden Öle oder Lotionen, um die Unebenheiten zu beseitigen, aber diese Behandlungen können den Zustand weiter aufrühren und sollten in der Regel vermieden werden. Der Zustand der Akne bei Säuglingen ist ein normaler Vorgang, der sich im Laufe der Zeit normalerweise von selbst erledigt, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Pickel des Säuglings zu verringern oder zu vermeiden. Zunächst sollte man dafür sorgen, dass Mund und Wangen des Babys trocken und sauber bleiben. Eltern sollten ein mildes, chemikalienfreies Waschmittel zum Waschen der Kleidung verwenden und milde Babysseifen verwenden, um das Baby zu waschen, insbesondere im Mundbereich. Eltern sollten auf Öle, Lotionen oder andere topische Heilmittel verzichten, da diese die Akne des Kindes verschlimmern können. Vielleicht möchten Sie auch die verwendete Formel in Betracht ziehen, da Formen, die Sojamilch enthalten, Inhaltsstoffe enthalten, die Hormone emittieren und mehr Babyakne verursachen können.